Macht Akupunktur bei Tinnitus Sinn? Wie meine Erfahrungen dazu sind, darum geht es in diesem Video. Auf die Möglichkeit, dass Akupunktur helfen könnte, wurde ich bereits nach wenigen Tagen durch Freunde und Bekannte nach Auftreten meiner Ohrgeräusche aufmerksam gemacht, aber kein einziger von den ersten schulmedizinischen Ärzten, also in erster Linie waren das HNOs, haben mich dazu irgendwie motiviert. Erster, vierter HNO, das ist der, bei dem ich auch die ITC, also die Intratympanale Corticoid-Therapie, habe machen lassen. Den habe ich darauf angesprochen und der meinte, ja, Akupunktur kann man machen in den ersten Wochen, also auch zeitnah, aber nur in Verbindung mit der Intratympanalen Corticoid-Therapie. Also alleine bringt es gar nichts. Aber der hatte auch gesagt, Ginkgo ist ein Placebo. Zunächst mal so eine grundsätzliche Definition, was ist eigentlich Akupunktur? Dazu ein Screenshot von der Seite des Verbraucherschutzes. Der Abschnitt erklärt sich von selber. Also bei der Akupunktur handelt es sich um eine Therapieform aus der traditionellen chinesischen Medizin. Prinzipiell, glaube ich, weiß so ziemlich jeder, was da passiert ist, werden Nadeln in den Körper gesteckt. Ziel ist es, Blockaden im Körper zu lösen und Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Dann ist auf der gleichen Seite des Verbraucherschutzes noch ein Abschnitt zu Selbstbezahlen oder wer bezahlt das? Könnt ihr ja lesen, brauche ich jetzt so nicht großartig was dazu sagen. Also da muss man schon bestimmte spezielle Voraussetzungen erfüllen, dass Akupunktur bezahlt wird. Tinnitus gehörte zumindest, als ich das machen lassen habe, nicht dazu. Also ich habe es komplett selber bezahlt. Aber was mir bei meinen Recherchen aufgefallen ist, es gibt da ziemliche Preisunterschiede. Ich glaube zwischen 40 und 120 Euro pro Sitzung habe ich da gefunden. Ich war ja zunächst schon eher noch schulmedizinisch ausgerichtet und habe dann ja da auch letztendlich die ITC machen lassen. Dann war es aber vorbei. Also von der Schulmedizin kamen da dann keine Ideen mehr. Und aufgrund dessen habe ich dann begonnen, mich mit den alternativen Möglichkeiten zu beschäftigen und halt auch mit der Akupunktur. Da war ich dann mal bei einer Gesprächsrunde einer Tinnitus-Gesprächstherapeutin. Also das war eine Runde von zehn Leuten. Die habe ich dann auf die Akupunktur angesprochen. Die meinte dann, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wobei die Grundtendenz dieser Gesprächsrunde war, man kann es nicht heilen. Man muss gucken, so gut wie möglich damit leben zu können. Das war ja nun überhaupt nicht mein Ansatz. Aber trotzdem hat sie gesagt, ja, mach das mit der Akupunktur. Aber sie würde mir empfehlen, einen Arzt zu suchen, der sich mit der traditionellen chinesischen Medizin, also der TCM, auch wirklich gut auskennt. Sprich, einen chinesischen Arzt und nicht einen Schulmediziner, der das als Zusatzausbildung gelernt hat. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, ob das wirklich so ist. Ich gebe das jetzt auch nur so wieder, wie mir das vermittelt wurde. Aber ich bin auf die Suche gegangen nach einem chinesischen Arzt und habe dann auch einen gefunden, der allerdings auch einen ganz traditionellen schulmedizinischen Abschluss hatte. Ich habe den dann übers Internet kontaktet, habe dann auch ziemlich schnell Antwort gekriegt, musste dann einen Fragebogen online ausfüllen und habe einen Termin für ein Erstgespräch bekommen, das umsonst war. Das hat auch anderthalb Stunden, würde ich mal sagen, gedauert. Also er hat sich sehr viel Zeit genommen, hat es also ganz genau mit mir besprochen. Der legte extrem Wert darauf, dass ich Ginkgo nahm, aber hat mir dazu geraten, mein aktuelles Produkt, was ich zu dem Zeitpunkt genommen habe, zu wechseln. Seine Worte, Ginkgo ist nicht gleich Ginkgo. Das andere war, dass er auch gefragt hat, ob sonst noch irgendwelche Therapien bei mir am Laufen sind, ob ich noch irgendwas unternehme. Also es war für ihn zumindest ganz wichtig, dass alles andere beendet ist und nichts parallel läuft. So und dann ging es los. Zehn Sitzungen auf vier Wochen verteilt, also so roundabout zwei, drei pro Woche, also immer wieder mit ein paar Tagen dann dazwischen. Das Ganze hat jeweils 20 Minuten gedauert. Die ersten Nadeln hier ins Genick kamen. Zwei Stück. Und ich war schon ein bisschen angespannt, ich hatte das vorher noch nie gemacht. Und das habe ich schon gespürt, ich habe aber, ich weiß bis heute nicht, wie tief die Nadeln reingingen. Also ich glaube, die sind ja schon, das sind schon lange Nadeln. Und dann hieß es so, und jetzt bitte zurücklegen. Und ich dachte mir, was, ich soll mich jetzt auf diese Nadeln legen? War jetzt vielleicht nicht das Angenehmste, was man sich vorstellen kann, aber hat nicht wehgetan oder so. Dann fing er an, hier an der Handfläche zu akkupunktieren. Also das war dann natürlich immer alles gespiegelt. Und hier drin hat er eine Nadel gesteckt, da ist es mir wie ein Blitz durchgefahren. Also da, oi. Da hat er mir dann auch tief in die Augen geguckt und da hat er dann auch nie wieder akkupunktiert. Also ich weiß nicht, was er da gesehen hat. Aber zumindest war es so, dass er das durchaus realisiert hat, dass da jetzt gerade irgendwas abgegangen ist, was wohl nicht so richtig sein sollte. Und das war dann auch das erste und letzte Mal. Und dann waren noch unten an der Ferse, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu zeigen, also hier unten irgendwo insgesamt 16 Stück. Und dann noch hier auch an der Stirn, hier dazwischen, auch hier an der Lippe. Dann nach 10 Minuten kam seine Assistentin und hat dann nochmal angeschnipst. Also oberste Priorität war, man muss die Nadeln spüren, damit es was nutzt. Nach 20 Minuten wurden die Nadel dann rausgezogen, was im Prinzip völlig entspannt war. Was ist da jetzt passiert? Es ist schwierig zu sagen. Ich hatte ja in meinem Video von der ITC erwähnt, dass da nach der ersten Injektion meine Töne, die vorher ja völlig fest waren, also einer war hier, der andere war hier, in Bewegung kamen. Anschließend habe ich ja dann diese Akupunktur gemacht und in der Zeit, das war dann so nach, sagen wir mal, gut drei, vier Monaten nach Auftauchen meiner Töne, sind die immer weitergewandert und wurden immer luftiger. Gleichzeitig hat sich ein Rauschen gebildet. Also das ist letztendlich das Rauschen, was ich jetzt auch immer noch habe. Und das Ganze ist weiter in den Hinterkopf gegangen. Dann war der tiefere Ton, der hier saß, jetzt muss ich kurz überlegen, Nee, ich glaube, der hohe war weg als erster. Der tiefere hat sich, war auch schon im Auflösen. Ich gehe jetzt davon aus, sage ich jetzt einfach mal, dass das schon auch mit der Akupunktur zu tun hatte, aber auch mit der ITC. Ich habe dann ja zu dem Zeitpunkt auch schon die ganze Zeit Ohrschutz getragen, also wahrscheinlich alles zusammen, aber es ist was passiert. Und dann hatte ich ja einen Rückfall. Ich bin dann mit meiner Freundin in ein Konzert gegangen, dachte mir, alles gut, habe auch Ohrstöpsel und so. Also da mache ich am besten noch mal ein eigenständiges Video dazu, um das mal genauer zu erzählen. Auf jeden Fall habe ich einen Rückfall gekriegt und hatte dann über Nacht wieder einen ganz lauten Ton, auch hier oben. Aber der war von der Frequenz ganz anders als die vorherigen. Sprich, es war eigentlich ein ganz anderer Tinnitus. Daraufhin habe ich gedacht, ich gehe gleich wieder zur Akupunktur, habe den Ars angerufen, habe auch gleich wieder meinen Termin gekriegt, aber er war sehr streng und meinte, naja, da habe ich die Lage wohl unterschätzt, die Situation, und hat mir noch mal fünf Termine wieder angeboten. Meinte aber, dann muss auf jeden Fall Ruhe sein. Also mindestens zwei Monate. Bei dieser zweiten Rutsche war es auf jeden Fall so, dass direkt am Tag nach der Injektion, also nach der Akupunktursitzung, war der Tinnitus leise. Am übernächsten Tag war er dann wieder lauter. Also sprich, das hatte schnell einen Effekt, aber nicht anhaltend. Dann ist ja meine Geschichte, dass ich ja eine ziemliche Achterbahnfahrt hatte, was die lautstärke Pegel anging, aber nach ein paar Jahren ja mein Tinnitus leise wurde. Inwieweit dann auf diese Entwicklung die Akupunktur Einfluss hatte oder in welchem Maße, da kann ich mich ja immer nur wiederholen, weiß ich nicht. Aber was ich sagen kann ist, es hat schon unmittelbar eine Auswirkung gehabt. Eine Nebenwirkung, muss ich dazu sagen, ich hatte mal eine Lähmungserscheinung hier auf der linken Seite. Das war aber dann alles relativ schnell wieder vorbei. Da würde ich mal vermuten, dass das eine Nebenwirkung der Akupunktur war. Aber an dieser Stelle natürlich auch der Hinweis, dass es sich bei meinem Video hier um keinen medizinischen Ratgeber handelt oder bei meinem Kanal, sondern ich erzähle euch lediglich von meinen Erlebnissen und meinen persönlichen Gedanken dazu. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt den Abonnier-Button, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. Ansonsten wünsche ich euch jetzt alles Gute und bis demnächst wieder. Laufenden Laufenden Laufenden